Mattenenglisch ist eine Sonder- und Geheimsprache, welche im Mathequartier in Bern und überhaupt von der Stadt Berner Unterschicht angewandt wurde. Der Begriff ist mehrdeutig. Teilweise wird er sowohl auf den stark Rotwelsch angereicherten Sonderdialekt des Mathequartiers wie auch auf dessen Geheimsprache angewendet. Teilweise aber auch nur auf die Spielsprache. Im letzteren Fall wird der Dialekt Mattenbern-Deutsch oder Mathe-Dialekt genannt. Der Dialekt der Mathe. Während die Innenstadt Berns auf einem Hügel auf der Aare-Halbinsel liegt, befindet sich das Mathequartier direkt am Aare-Ufer und ist von der restlichen Stadt deutlich abgetrennt, sodass sich hier eine eigenständige Kultur mit einem eigenständigen Dialekt herausbilden konnte. Die Metteler waren ursprünglich Taglöhner, Fischer, Fuhrleute und vieles mehr und gehörten damit der städtischen Unterschicht an. Fremdarbeiter und Handelsleute brachten Wörter aus dem Französischen und dem Rotwelschen mit. Und aus dem deutschen Wortschatz entstanden durch Vokalwechsel, Konsonantenaustausch und Verbeilhornungen ganz neue Wortgebilde. So entstand ein Soziolekt, der sich deutlich vom Stadtberndeutsch der gehobenen Schicht unterschied. Ein bekanntes Beispiel für den Mathe-Dialekt ist der Satz Tunz mehr e Ligulem, gib mir ein Stück Brot. Tunz stammt von Französisch Donner, geben, Ligo und Lehm sind rot, welche Varianten des hebräischen Lächem, Brot. Zwar sind die Dialektunterschiede zwischen Mathe und dem restlichen Bern heute verschwunden. Doch sind viele Ausdrücke aus der Mathe ins Berndeutsche eingeflossen, so Z. Z. B. Gioi Knabe Echtes Mattenenglisch gab es so lange, wie das handwerkliche Gewerbe an der Mathe stattfand. Heute existiert es nicht mehr im alltäglichen Sprachgebrauch der Metteler. Es gibt jedoch einen Liebhaber-Club, bei dem man Mattenenglisch eher lernen kann. Mattenenglisch als Geheimsprache Die mattenenglische Geheimsprache ist eine Spielsprache in der Art des sogenannten Pickletten. Gebildet wird sie aus den Wörtern des Dialekts wie folgt. Die erste Silbe bis einschließlich erstem Vokal wird an den Schluss gestellt. Fängt die erste Silbe mit einem Vokal an, wird ein H eingeschoben und dann die Silbe ans Ende gestellt. An den Anfang wird ein I gestellt. Der letzte Buchstabe wird durch I ersetzt. So wird Bern zu I, N, B, E oder Schlaue zu Jüchle. In der Sprachwissenschaft nennt man diesen Typos eine I, E-Sprache.